So, lieber Chat und liebe Zuschauer auf YouTube, weil ich möchte auf jeden Fall, dass der Katamimata das Video hochlädt. Ein absolut deeper Realtalk. Heute vom Ehrenbruder John Rage. Wir schauen das Video zusammen an. Ich bin jetzt schon so gespannt auf eure YouTube-Kommentare. Da möchte ich mich auch an der Stelle noch mal für den Support auf YouTube bedanken, aber auch natürlich für den Support in den Twitch-Streams. Falls ihr die Reactions feiert, kommt gerne auch mal live auf Twitch dazu. Wir machen eigentlich immer ein bisschen Just Chatting und dann Reactions. Reactions, Stündchen manchmal zwei und dann geht es rein ins Gaming. Immer ein guter Mix, ich feiere das sehr. Deshalb ladet euch gerne die Twitch-App runter, die ist kostenlos. Und ja, Account erstellen mit einer E-Mail kriegt die, glaube ich, jeder hin. Um in meinen Chat zu schreiben, müsst ihr halt den Account bestätigen, also diese E-Mail, nicht nur einfach nur eintippen. Macht euch einen Account, folgt rein und dann fühlt euch willkommen im Twitch-Chat. Ich mag das sehr, dass auch immer wieder welche reinschreiben, hey, kenne ich von deinen Reactions, bin heute zum ersten Mal da, fühle mich wohl hier, freut mich immer sehr. Da geht ein Bussi raus und jetzt gehen wir hier rein in die Reactions. Ist deep, von daher legt die Füße hoch. Ähm, ich rede sehr gerne ja über mein Leben, private Dinge. Jetzt geht's los, Chat. Aber auch Dinge, die ich mitnehme, Persönlichkeitsentwicklung und, 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 und. Alle Kommentare mega positiv zu dem Thema, alle feiern das voll ab. Einer meinte, John, laber mal keine Scheiße, such dir lieber einen Therapeuten. Mein Bruder, ich hoffe, du bist hier wieder am Start. Heute machen wir eine extra intensive Session. Du bist herzlich eingeladen. So, hier machen wir das. Einmal auf die Couch legen, Augen zu und ab geht der Hase. Ich will übrigens nicht Therapie irgendwie lächerlich ins Lächerlich ziehen oder sowas. What the fuck, Alter. Überhaupt nicht. Wenn mir jemand in den Chat schreibt, Bruder, bei dir kommt zu viel Werbung, dann drücke ich auch aus Prinzip erstmal eine 3-Minuten-Werbung, Digga. Damit der Typ, falls er noch durchzieht, nochmal eine Werbung mitnimmt. War wieder so ein dummer, dumm Kopfkommender, Bruder. Der Arme, Alter. Der ist noch ein bisschen auf dem hölzernen Weg, aber du kannst da nochmal ab und zu einschalten. Auf dem Holzweg, Digga. Der bringt dir ja doch das eine oder andere, was ich hier sage. Du bist wahrscheinlich 35 und denkst, bei dir kommt zu viel Werbung, Bruder, du siehst es doch gar nicht bis ab. So, aber von dem Kind lasse ich mir auch nicht erzählen, aber mein Bruder. Ach, Digga, was denn? Scheiß, was? Okay, wenn man jetzt jemanden Headshot hat, er hat mich so krass gedopscht. Und das war so mein Highlight des Tages. Dieser Schrei. Ich habe euch auch mal einen Clip geschaut. Er hat gezeigt, wo er bei MB3 in so eine Lobby-Joint wollte. Und das nicht funktioniert hat. Das war so witzig. Ich kann nicht mehr. Wirklich, tiefe innere Trauer, Digga. Das gibt es auch nur bei COD und ich glaube auch bei FIFA. Er hat mich so krass gedopscht. Ah! Er hat mich so krass gedopscht. Ah! Wieso? Neuer Wecker-Sau. Mein Headshot, er hat mich so krass gedopscht. Ah! Wieso? Da bist du sofort. Das ist so gut. Digga, ich komme ja gar nicht zurecht. 4 zu 3. Hätte ich damals 4 zu 3 gehabt, ich wäre so durchgedreht. Die Mom hätte wieder so den Stecker gezogen. Ach du Scheiße, Satan, Digga. Da wäre jetzt abgegangen. Das Gefühl, die Folge wird heute lang. Ich habe heute mal eine extra lange Folge. Ich habe darauf Bock. Dadurch, dass jetzt hier wieder drei Tage nichts kam. Wir haben auch so bodenlose Triple Caps. Wir haben richtig ekelige Teammates. Richtig schmuddelige Teammates haben wir. Komm, gib mir mal einen Headshot. Nein. Ich bin getroffen. Also erstmal ganz kurzer Story-Time. Genau, mein Dad mit dem Seitenschneider. Sentinel, du bist ein richtiger OG, dass du die Story kennst. Grüße gehen raus. Was bei mir abging letzten Tage. Ich war Montag. Wieder mal feiern in dem besagten legendären Club mit dem besten Tisch der aller Zeiten, der meinen und Bustis Videos schaut und uns deshalb. Was ist so schlimm an einem 3 zu 4? Bruder, daran ist gar nichts schlimm. Aber wenn du Call of Duty auf eine höhere Stufe stellst als deine eigene menschliche Gesundheit, dann ist es dir ganz wichtig, dass du nicht 4 zu 3 stehst. Absolut. Vor der ewig langen Schleimung immer reinholt. Das ist so ein fucking geiles Gefühl. Mega, mega nice. Bester Mann. Und es war sehr, sehr lustig. Und ein Mädel, das ultra heiß ist. Also so ehrlich müssen wir sein, das wirklich unfassbar heiß ist. Mit ihrer besten Freundin, das hatte ich euch. Ich hoffe übrigens nicht, Ehrenbruder Johnny schaut ja seine Videos eher im kleinen Rahmen. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Reaction auf YouTube dann keine Ahnung wie viele hunderte, tausende Klicks kriegt und dann sehen vielleicht zu viele Leute diese Story. Falls es so sein sollte, lieber Johnny, Moni, entschuldige ich mich jetzt schon, Digga. Das war es halt komplett an der Stelle. Ich möchte euch mal in einer Story erzählen. Raffa, ihr schreibt in den Chat. Ich hoffe das schon, dass das Video mehrere hunderttausend Klicks macht. Wichtig und richtig. ... ihrer besten Freundin. Ich hatte mit den beiden getanzt gehabt. Irgendwann mal. Und dann ist mir am nächsten Tag die beste Freundin von sich ausgefolgt. Obwohl ich ja total undercover Instagram-Account habe. Ich habe ja meinen John Rage-Account, aber ich habe ja noch einen privaten Account. Und da ist es mir einfach gefolgt. Der private Boss. Und dann bin ich jetzt zurückgefolgt. Und vier Tage später ist mir auch ihre beste Freundin gefolgt. Und mit der einen hatte ich ja dann fast. Oh mein Gott, Alter, was geht jetzt ab? Und die andere wohnt relativ nah bei mir. Und wir haben uns dann an dem Abend kurz unterhalten gehabt von wegen yo, vielleicht wollen wir uns ja mal treffen oder sowas. Weil wir haben uns auch auf Tinder gematcht. Aber egal. Dann habe ich ihr mein Handy gegeben. Sie hat ihre Nummer eingegeben. Und quasi... Ich bin, by the way, Generation. Wenn ich zwei Mädels oder drei Mädels kennenlernen würde und ich habe mit einer aus der Gruppe was, würde ich niemals noch mit einer von den anderen haben. Selbst wenn die irgendwann nicht mehr befreundet wären. Weil ich das bei meinen Homies auch nicht wollen würde, dass Kumpel von mir, irgendeiner, mit der ich was hatte, auch noch knallt oder so. Feiere ich persönlich gar nicht. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber ich bin da halt die Generation. Mach ich nicht, Digga. Sich dann angerufen über mein Handy. Haben wir noch kurz ein bisschen weiter geredet. Drei Sekunden. Ich bin dann gegangen. Bin zum Kollegen. Und wir sind dann auch komplett gegangen. Und ich sehe zu meinem Kollegen. Geredet so darüber. Und so, Digga. Geile Sau. Zwei Minuten später. Bin ich an meinem Handy. Und sehe, dass ich auf ihren Anrufbeantworter noch spreche. Ich habe einfach drei, vier Minuten auf ihren Anrufbeantworter gebabbelt. Von wegen geile Sau. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich da noch geredet habe. Ich habe ganz, 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 ganz. Perfekt. Ein ganz ungutes Gefühl dabei. Hat bestimmt jeder von euch auch mal gehabt. Irgendein Kumpel oder eine Freundin ruft euch an. Und es ist aber niemand dran. Aber man hört die ganze Zeit was. Einfach in der Hosentasche einen angespuckt. Kennt jeder. Oh no, Alter. Ich hoffe. Boah, was hat er gemacht? Und ein Feed. Nee, er macht einfach ein Quad-Feed mit der Granate. Schau den Fabinho, der Allerechte. Ich hoffe wirklich ganz, ganz. Es ist dolle, dass sie das nicht anhört. Wer hört heutzutage noch seinen Anrufbeantworter an? Komm, gib mal um. WeTalk, der Einzige, der mir immer auf den Anrufbeantworter spricht, ist die Steuerberaterin und der Bankmitarbeiter, den ich auch immer, ja, den ich auch, keine Ahnung, so drei von vier anrufen nehme ich so ungefähr an, so Pi mal Daumen. Äh, nicht drei von vier anrufen, sondern einen von vier anrufen. Dann quatscht er mir auch immer auf die Mailbox. Ja, Herr Kyuubi, wann sind Sie das nächste Mal in Ulm? Ich werde gerne ein persönliches Treffen. Früher war der Mann stark. Er hat das Essen geholt, er hat für die Familie gesorgt. Heute hat sich die Rolle des Mannes ein wenig geändert. Ein Mann darf auch Gefühle zeigen. Ein Mann darf auch Schwäche zeigen, darf auch weinen. Im Umkehrschluss ist die Frau auch nicht mehr nur für die Familie zuständig. Die Frau hat auch andere Forschungen, andere Pläne und andere Möglichkeiten in heutigen Zeiten. Bei manchen zum Beispiel sieben Stunden TikTok-Schauen am Tag. Das ist bei manchen Frauen der Plan. Leider, Mimai, war. Das ist alles super, super toll. Ich stehe da natürlich. Ich feiere ja gar nichts. Chat haben wir ja auch ein Video drüber geschaut. Die Tage wurde es auch mal hochgeladen vom Cutter. mit diesem, ja, sie ist eine 10 von 10, bla, bla, bla. Mache ich ja gar nicht solche Dinger. Feiere ich auch gar nicht, irgendwelchen Leuten irgendwelche Zahlenwertungen zu geben. Aber sie ist eine 10 von 10, wenn sie weder TikTok noch YouTube-Shorts noch Instagram-Reels schaut. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt hände ich dahinter. Jedoch habe ich das Gefühl, manchmal nicht genau zu wissen, wie ich mich verhalten soll. Denn ich möchte... Weil dann hat sie direkt mehr Lebenszeit für mich. Direkt. Einfach so. Natürlich. Puff. Echt und ehrlich verhalten. Aber ich weiß ja auch noch nicht ganz, wer ich bin. Was ich empfinde, wie ich sein möchte. Und was ich gut finde. Natürlich habe ich eine grobe Forschung, aber ich weiß es nicht final. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich sehr nett, sehr offen und warm und lieb bin, dass ich da... Allotrix-Highlights auf TikTok gehen schon klar. Da kleiner Re-Talk. An der Stelle mein Cutter und mein YouTube-Management. Mein YouTube-Management-Chat. Ich habe ja quasi zwei Managements. einmal meine Agentur Cyberdime, die so das macht mit den Deals. Und dann habe ich noch eine Agentur, die das macht mit den YouTube-Channeln und dem Content rund um Allotrix, den andere teilweise auf Plattformen entwenden. Und in einem gewissen Rahmen, wenn man da immer Shoutouts gibt, habe ich da nichts gegen. Aber heute haben wir einen Kollegen weggebannt. Ich schaue noch mal kurz auf den Cutter, Mimata. Der hat mir ein Screenshot geschickt. Der TikTok-Account hatte 242.000 Follower und 6,3 Millionen Likes. Das war irgend so ein Schmutz-Meme-Page, Schmutz-TikTok-Account, der sich dann umbenannt hat. Der hat sich dann einfach umbenannt in Allotrix, in Allotrix.fy. mein Profilbild reingemacht. Das geht ja auch gar nicht. Du kannst dich ja nicht einfach als Allotrix ausgeben. Clips von mir hochladen auf TikTok, okay. Habe ich nichts gegen, wenn nicht nur Schmutz-Clips immer genommen werden, sondern auch mal gute Retalks und so. Aber einen Account, der vorgibt, ich zu sein und mich zu repräsentieren, geht ja mal gar nicht. Und was dann erst recht gar nicht geht, ist der Spenden-Trinkgeld-Link in der Bio. Also mit meiner Reichweite, mit meinem Markennamen, noch Geld von den Zuschauern rausquetschen. Oder kann er froh sein, dass es an der Stelle nur einen Takedown gab? Weil ich habe nämlich keinen Bock, irgendwelche Dachschrägen-Stinker, die bei Mama und Papa sind, abzumahnen mit Anwalt. Mann, 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 das bin ich nicht. Andere würden das machen. So einen hätte man schon mal einen Brief nach Hause schicken können. Scheiß ich drauf. Der ist weg. Puff, peng. Aber, dass ihr auch Bescheid wisst, vielleicht wenn der ein oder andere da zuhört, so was geht gar nicht. Egal bei irgendwelchem YouTuber-Streamer. Du kannst nicht Content von anderen nehmen und dann auch noch monetarisieren. Oder Spenden-Links rein. Bruder, geht's noch? Die Frauen teilweise verschrecke und nicht das bekomme, was ich eigentlich will. Wenn ich dann aber aus Reihen... Hungriger Hugo, Bruder, hungriger Hugo nimmt viel Streamer-Content völlig richtig. Aber jeder Streamer reagiert auf Hugo. Und Hugo ist mittlerweile ein Geben und Nehmen. Und Hugo hat letztens bei Instagram geschrieben, hey Digga, kann ich ein paar Clips von dir benutzen für einen Placement? Hab mit er ab und ein Placement wäre das okay für dich. Bruder, er fragt vorher. Hugo ist ein guter. Dem gönne ich auch seinen Hack. Weil der unterhält mich jetzt seit keine Ahnung wie viele Jahren mit 1A-Content. Das ist was völlig anderes. Einer überzeugen. Also nicht, weil ich jetzt irgendein Spiel spiele, sondern weil ich es wirklich so empfinde und ich nicht so Interesse spüre und relativ kalt bin. So, jetzt gehen wir hier in den Retalk jetzt. Und wenn ich jetzt nicht so sehr auf die Frau eingehe, macht sie das umso verrückter und mich umso attraktiver und anziehender. Und ich bin dann darüber enttäuscht, weil ich halt nichts von ihr will, aber genau das von ihr bekomme. Aber von denen, die ich will, bekomme ich das nur selten, weil ich dann zu sehr investiert bin, zu offen mich zeige. Und ich bin in der Fragestellung, wie verhalte ich mich ehrlich, ohne irgendwelche Spiele zu spielen, ohne irgendwelche Tricks zu machen von irgendwelchen Pick-up-Artists auf YouTube, aber gleichzeitig auch nicht die Frauen abzustoßen. Pick-up-Artists auf YouTube. Das ist vielleicht wohl jetzt so geil. Indem ich dann zu offen und nett bin. Und da bin ich gerade ein bisschen am Rumprobieren oder so möchte ich es nennen oder am Gucken, was liegt mir und was ist so ein gesundes Mittelmaß. Und wie kann ich trotzdem ehrlich sein und aufrichtig sein zu mir und zu der anderen Person? Denn das ist auch das Wichtigste. Ich stehe an erster Stelle. Ich stehe immer an erster Stelle. Das hat nichts mit Egoismus zu tun oder Narzissmus oder irgendwas, sondern ich stehe natürlich an erster Stelle, weil ich verbringe die ganze Zeit mit mir. Indem man das erst mal macht. Und in Situationen habe ich das auf jeden Fall erlebt, dass ich eine Person so toll fand und so ein bisschen verknallt war oder sowas, dass ich definitiv meine Werte und meine irgendwelche Lamen-Sprüche, Lamen-Tricks, psychologisch die Frauen von dir abhängig zu machen oder Pick-up-Artist-Style, Hot-Cold-Methode, Alpha-Mail, Schlag mich tot, die Frau testet dich, Shit-Test und wie es alles heißt. Bruder, kriege ich offizielles Brechen. Das sind alles die absoluten Macho-Männer. Ich möchte mich mit solchen Leuten überhaupt gar nicht identifizieren. finde ich vollkommen gruselig und peinlich, ultra peinlich. Wer sich so Mühe gibt, wer so tryhardet, wer so hart sich Gedanken macht, was schreibt er jetzt, wie verhält er sich, wie macht er jetzt den Arroganten, den Coolen. Bruder, das ist für mich absolute Loser-Mentalität. Aber jeder macht... Loser würde ich es nicht nennen, sondern einfach. Klar ist es nicht schlecht, sich genau zu überlegen, was man schreibt, aber das, was er halt gerade beschrieben hat, da irgendeine Mission, irgendeinen Plan aushacken, das ist halt einfach unangenehm. ...seine Erfahrungen. Jeder wird daran vielleicht kurzfristig was haben, denn kurzfristig wird es definitiv funktionieren. Kurzfristig wirst du mit solchen Methoden, indem du kalt bist, weniger Nähe zeigst und so wirst du anziehender auf die Frau im ersten Moment wirken, aber irgendwann wird deine Fassade fallen, irgendwann wirst du auch die Nähe zu der Frau suchen. und spüren und wollen und dann, ja, fällt dein Kartengerüst zusammen und wenn du dir nur eine Frau suchst, die auch nur auf sowas steht, dann wirst sie halt dann irgendwann nicht mehr... Ja, moin, Digga, wie hat das... Das, was er sagt, finde ich so deepchat und so real, weil ich glaube, viele von uns das auch erlebt haben, auch ich, in anderer Form. Und wenn die andere Person dich interessant findet, obwohl du dich verstellst, dann mag sie ja gar nicht dich, sondern ein anderes Ich von dir, was du in dem Moment vorgibst zu sein. Das ist natürlich trotzdem immer noch ein Unterschied. Jeder gibt sich am Anfang mehr Mühe und beim ersten Date und so versucht man natürlich die beste Version seiner selbst zu sein. Das ist ja auch völlig verständlich und auch richtig. Du kannst ja nicht beim ersten Date, was ich auf den Tisch scheiße, dann wird sie dann kein Interesse mehr in dir haben, dann wird es wahrscheinlich kein Date haben, wenn du dann anfängst, auf einmal dich zu öffnen. Um das Spielfeld nochmal ein bisschen zu verlassen, zu der generellen Situation, hat sich aber auch durch die Aufklärung einiges geändert, dass viele Dinge, was früher alles oder nichts als Mann sein betitelt wurden, heute nicht mehr so akzeptiert sind. Wenn ich eine Frau ihr sage, dass sie süß ist oder süß aussieht, gibt es auch welche, die sich davon offended fühlen, weil sie meinen, ich würde sie jetzt dadurch so ein bisschen... True, kenne ich, süß sage ich auch eigentlich gar nicht mehr, weil man denkt, süß ist so auf jung, weißt du, was ich meine? So, irgendwie ein bisschen abwertend. Verharmlosen und ihr so ein bisschen, so ein bisschen so... Was eigentlich keinen Sinn macht. Ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist, aber sie nicht so ganz ernst nehmen. Von wegen so, ah, du bist ja auch eine Süße und na und ähm... Süß, knuffig, sowas. Deine Eltern zahlen dir deine Wohnung und so, ne? Ist natürlich total eklig, nicht, wie ich das gerade jetzt ausgedrückt habe, aber um so das zu zeigen, ich meine es nicht böse, ich sage, ey, you're cute pictures, what cute, ne? Und das sorgt für so eine Frage, wie verhalte ich mich jetzt? Darf ich ihr, nachdem wir rumgemacht haben, auch mal auf den Arsch klatschen? Vielleicht, ne? Im Bett ist es nochmal was anderes, aber jetzt auch nicht draußen auf der Straße so, aber darf ich gewisse Dinge machen? Darf ich mich auch männlich verhalten und auch männlich so attraktiv mich zu ihr hingezogen fühlen und das auch zeigen? Ich weiß nicht, ob wir relaten können, ich habe das Gefühl, dass es eventuell auch ein wenig so eine Berliner Sache noch stärker ist, weil Berlin ja sehr offen ist, sehr offen, vielfältig ist. Chat, ihr braucht jetzt nicht auf Krampf immer reimen. Und ich finde das mega, ich stehe da voll hinter den ganzen Dingen und Situationen und jetzt kommt kein Aber, ne? Aber, Spaß. Ich habe das Gefühl manchmal, dass ich ein Ei auf dem Löffel balanciere und, oh nein, bloß nichts Falsches sagen, oh nein, Ei ist runtergefallen, alles kaputt, und ich bin ein sexistischer Hurensohn. Eine Antwort darauf ist, okay, eine... Und ich merke das auch, Chat, bei den Frauen, bei beiden Geschlechtern, die machen sich so krass Gedanken, was ich schon erlebt habe, Chat. Da wird halt auch bei Instagram die Nachricht fünfmal zurückgezogen und fünfmal umgeschrieben. Alles toilet. Eine Frau, die so kleinlich ist, sorry, die so kleinlich ist und so exorbitant empfindlich ist und durch kleinste Worte sofort sexist und bla bla bla, dann ist die vielleicht auch einfach nicht die Richtige für mich. Der Mann darf eigentlich nicht mehr so ganz Mann sein, aber wiederum wollen die meisten Frauen, hetero Frauen, ein Mann, der Mann ist und der sich auch männlich verhält. Der seine Grenzen hat, der gewisse Dinge nicht so akzeptiert, kein Arschloch ist und irgendwie ein narzisstischer Hundesohn ist, aber da ist so wieder mein, 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 okay, wo ist die Mitte? Wo fühle ich mich wohl? Weil ich fühle mich auch nicht wohl, wenn ich so anhänglich und nidi bin. Ich fühle mich aber auch nicht wohl, wenn ich ein kalter Hundesohn bin, weil beides bin eigentlich auch nicht so ganz ich. Aber ich habe noch die Schwierigkeit, den Weg in der Mitte zu finden für mich. Vor allem frage ich mich dann, oh mein Gott. Komm her, mein Bester, wir müssen jetzt hier auch mal, er kommt vom Fall schon wieder runter, oh Bruder. Digga, T-Duff ist so ein... So, guck dir das mal an, wie er spielt mit Anforderungen. Junge Mann, Alter, ja, hab mich gezaunt und du Knecht, Alter. Level 956, 956, fünf Jahre später, ich will ihm ins Gesicht treten. Ein Interesse entsteht bei einer Frau nicht rein übers Aussehen, sondern eigentlich vielmehr darüber, wie verhält sich der Mann. Steht der Mann zu seinen, zu seinen Worten, hat er ein eigenes Leben, hat er Ziele, geht er sein Ziel. Jetzt sind wir endlich, Chat, nach 16 Minuten, da angekommen, wo ich mit euch drüber sprechen möchte und ein bisschen mehr was zu sagen möchte. Deal nach, ist er selbstbewusst, ist er lustig, kann er auch mal Nein sagen. Das sind Dinge, Dinge, die Frauen attraktiv machen. Was? Kleiner Notenbeger, das sind... Dreht es einfach um. Dreht es einfach um. Wenn ihr mit einer schreibt, die unbedingt, die will euch, klar, für die Leute, die vielleicht noch nie mit einer Frau richtig geschrieben hatten, die Interesse haben, die Interesse hatte an ihnen oder die Jungfrau sind, noch nie eine Freundin hatten, ne, das mal ausgeklammert, ich sag jetzt mal, in einem normalen Verhältnis, man hatte schon seine Erfahrungen in Kontakte, man schreibt mit einem Mädchen, mit einer Frau, die findet man eigentlich ganz, ganz cool so, interessant und so und sie, sie übertreibt die Lage, sie, sie, sie schreibt dir pausenlos, geiert extrem und du hast so das Gefühl, du bist auf einmal, also ihr kennt euch noch nicht mal persönlich und du bist schon so ihr Mittelpunkt des Universums, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Das ist dann eher so abschreckend und genau so, liebe Zuschauer, ist es meistens auch für die Frauen, wenn man einfach die Lage übertreibt, zu heftig geiert, einfach immer die gesunde Balance ist es, ne, das heißt nicht, dass man nicht antworten soll und auch, äh, gleich antworten soll, ne, dieses mit Absicht auf Krampf Zeit lassen, bis man zurückschreibt, sich Gedanken macht, okay, sie ist jetzt, äh, ziemlich heiß, sie hat bestimmt viele Typen und so in den DMs, ich lass mir jetzt einen Tag immer Zeit mit dem Antworten, Bruder, wo sind wir hingekommen, dass man sich solche Gedanken macht? Jeder hatte diese Gedanken schon, ich kenn's auch, Chad. Das sind Dinge, die Männer, ich schreib dann, wenn ich Zeit hab, ich bin nicht der Sklave meines Smartphones und wenn sie irgendwie, keine Ahnung, dann mad ist, wenn ich mal länger nicht antworte, sorry, mein Leben dreht sich halt leider nicht nur um mein Handy. Aktiv machen bei Frauen. Okay. Das heißt, wenn du alles für sie über Bord wirfst, sie auf die Eins setzt, ihr hinterher rennst, super, super, mega offen, süß, lieb, ihr Essen kochst und den ganzen lieben langen Tag sich um sie kümmerst, würdest du sich denken, Digga, hat er kein eigenes Leben, hat er nichts anderes, besseres zu tun, als mir jetzt irgendwie so ein komplexes und interessantes Thema hinterher zu rennen. Am Anfang war es ja ganz cool und ich hab mich voll gefreut und so, aber das dritte Mal kochen war dann so, jetzt reicht's aber mal. Ich möchte auch mal kochen. Das ist irgendwie ein bisschen too much. Das sagen sie natürlich sich nicht so selbst, aber das spüren sie unterbewusst, ganz klar, weil sie sich denken, hat er denn nichts Besseres zu tun? Hat er keine anderen Prioritäten im Leben? Das sorgt dafür, dass viele Männer, die diese Erfahrung gemacht haben, dann radikal umdenken und die komplett... Und dann werden sie macho-arschlicher. Die haben zu krass gegeiert, waren zu freundlich, wurden dann mal verarscht oder geghostet oder scheiße behandelt von der Frau und dann werden sie zu richtigen Macho-Schweinen. Kalt, narzisstisch, komplett unempathisch, uneinfühlsam, uneinfühlsam, neuer YouTube-Kanal, ghosten, all diesen Scheiß machen, um das Girl nämlich verrückt zu machen und sich so, so, so... Frauen verstehen ist wie COD mit Lenkrad spielen. Völlig richtig. Ist nämlich möglich, aber sehr schwer. ...interessant zu machen. Und fühlt sich manchmal einfach unmöglich an. Das Problem ist, du bist gar nicht interessanter geworden. Denn du täuschst nur was vor. Du machst nur ein ganz großes Schauspiel. Ein ganz großer Scam ist es eigentlich nur. Und irgendwann wird dieser Scam auffallen. Irgendwann wird sie merken, Bruder, der ist ja immer noch so nidi eigentlich. Der will immer nur noch die Wärme und meine Nähe und meine Aufmerksamkeit und meine Bestätigung und der hat eigentlich... Ist ja... Also, Chat, wir müssen auch hier die Kirche im Dorf lassen. Ich mach auch mal Subchat wieder raus, dass alle schreiben können. Er meint jetzt in der Kennenlernphase dieses extreme ich möchte eine abschleppen, ich will jetzt unbedingt eine Freundin kennenlernen, ne? Kümmert euch um euch. Das hat Haptic in seinem Video mit der Trennung mit Jonscha gesagt, das fand ich so big. Liebt euch erst mal, bevor ihr jemanden sucht, den ihr lieben sollt. Ihr müsst erst mal euch selbst lieben und mit eurem Leben zufrieden sein, damit ihr jemand anderem dem das Gefühl geben könnt, also wahre Liebe, echte Liebe auf Augenhöhe, ne? Kümmert euch um euch, macht das, was euch erfüllt, jagt eurem Träumen hinterher, macht Sport, kümmert euch ein bisschen um euer Äußeres, bisschen Pflege ist bei jedem wichtig und richtig. Es hilft so viel und wenn es euch gut geht und ihr zufrieden mit euch seid und ihr auch zu tun habt, wenn ihr den ganzen Tag nichts anderes im Kopf habt, als Frauen klären, dann, Frauen sind nicht doof, Digga, die merken das. Genauso andersrum, ne? Wenn eine Frau, Bruder, ich hoffe, ich werde hier nicht geköpft von den Zuschauern, wenn eine Frau unbedingt mal wieder einen Yarak will, unbedingt, so richtig unbedingt und sie schickt schon bei der dritten Nachricht alles, Digga. Da denke ich mir auch so, ja, okay, muss Stoß. Einfach dieses perfekte Level, man hat, man entwickelt dafür ein Gespür und wenn es, wenn es euch gut geht, strahlt ihr das aus und das macht attraktiv. Das macht attraktiv, wenn es euch gut geht. Also kümmert euch in erster Linie um euch und euer Leben. Priorität Nummer eins, so wie er vorhin gesagt hat, seid ihr selber, Chat. Und jemanden, also euch geht es aktuell nicht gut und ihr denkt euch, oh, ich hätte so gerne eine Freundin, dann wäre ich nicht so allein. Falscher Ansatz, Bruder, dir wird es nicht besser gehen mit Freundin. Du wirst sie nur mit runterziehen. Dir musst du doch erstmal selber gut gehen. Du musst doch erstmal selber dich mögen, bevor du jemand anderen mögen kannst und auf Händen tragen kannst. Und das, was er sagt, ist halt eher so in der Kennenlernphase. Selbstverständlich, wenn du jemanden hast, den du magst, behandelst du ihn gut, antwortest ihr regelmäßig, bist für sie da, hast ein offenes Ohr für sie, kochst auch mal für sie, fährst, keine Ahnung, durch halb Deutschland, um sie zu besuchen. Natürlich, das meint er in der Kennenlernphase. Bitte nicht verwechseln, Chat. Gar keine anderen Dinge im Leben, das war alles nur Fassade, das war alles nur gespielt. Das heißt, was macht man jetzt? Als allererstes sich auf die Eins stellen, sich an erster, erster Stelle stehen. Die eigenen Ziele, die eigenen Wünsche, die eigenen Träume im Fokus haben und täglich an denen arbeiten. Da musst du gar nicht, yo, ich antworte jetzt erst drei Tage später und du, du, du. Bruder, das ist so fake, das ist so peinlich, das so gezielt zu machen. Antworte lieber zwei Stunden nicht, weil du gerade zu tun hast und wenn du dann aber die Nachricht siehst und du hast gerade nichts zu tun, dann antworte direkt in der ersten Minute und denk nicht, oh ja, das kommt jetzt voll nidi rüber. Nein, sei ehrlich. Punkt Nummer zwei, hab eigene Grenzen, respektiere aber auch die Grenzen der anderen, der anderen Jungs, Männer um dich herum, Freunde, Kumpels, Kollegen, was auch immer, aber auch die Grenzen der Frau. Oh, also probier nicht ihre Grenzen niederzutrampeln. Eine Freundin kann dir auch helfen, dich selbst mehr zu schätzen. Eine richtig lange, gute Beziehung, Bruder, wird, wenn es keine toxische Beziehung ist, wird dich auf lange Sicht, so war es auch bei mir, absolut zum Positiven verändern und dir auch, ja, gute, gute Lebenserfahrungen mitgeben. Du wirst an der langen Beziehung definitiv extrem reifen, ja. und bei ihr irgendwie für Unruhe zu sorgen und irgendwie an sie ranzukommen. Nein, sie hat ihre Grenzen, du hast deine Grenzen. Und Frauen können dir ja so viel mehr geben als nur dieses Körperliche, ne, sondern Frauen sind bei solchen vielen Dingen so viel smarter, haben so viel mehr Ahnung von Mode, von Einrichtungen, von von Kunst, ne, von von guten Büchern, weiß der Geier. Einfach so viel mehr Ahnung von so vielen Sachen, wo ich mir denke immer, krass, dass sie das weiß. Und die musst du natürlich erstmal für dich irgendwie identifizieren und auch erstmal herausfinden. Hauptsache sie kann kochen, XD. Genau das ist halt da, wo wir nicht hinwollen. Spitzkopf, Larry, XD. Okay, was magst du jetzt, was magst du nicht und stattdessen jetzt. Du bist halt so einfach, ja, so eine Klischeefrau, die einfach nur für dich kocht und ja, ansonsten sollst du am besten die Fresse halten. Bruder, jede mit beiden Beiden in Leben stehende Frau heutzutage wird dich einfach korben, wenn du so eine Lebenseinstellung hast. Dann kriegst du halt dann irgendwie eine ab, die halt so drauf ist und das mag. Und das ist halt auch dann okay, wenn ihr dann beide zufrieden seid. Ich finde, aus den Zeiten sind wir raus. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Tage auf, cool nicht zu antworten. Sagst du, okay, das mag ich, das mag ich nicht, ne, wenn du auf keinen Bock hast beziehungsweise wenn du irgendwie andere Forschung hast. So, Beispiel, sie sieht noch andere Typen. Das kann sie auch machen. Du kannst aber, wenn dir das nicht gefällt, auch einfach sagen. Gut, okay, ey. Wenn man irgendwie auf entspannt sich trifft, finde ich, hat man da keine Sachen irgendwie zu verlangen. Aber, wenn es so ein bisschen deeper ist, also so Gefühle sich schon entwickeln, finde ich es schon, dass es sich dann gehört, das mal anzusprechen und zu sagen, ey, man trifft sich nur noch miteinander, weil sonst ist es einfach eine Freundschaft plus. Da muss man das auch klar kommunizieren. Kommunikation ist wichtig, lieber Chad. Sonst werden vielleicht Gefühle verletzt und wir wollen ja niemanden wehtun. Ich mag das nicht. Wenn du das machst, weiter machen möchtest, ist es okay, dann bin ich aber raus. Und dann sei auch raus. Dann nimm auch den Verlust in Kauf. Denn dann war sie ja nicht die Richtige. Wenn sie nicht so sehr auf dich eingehen möchte, dass sie andere Leute nicht mehr sieht, dann setz den Cut und raus da. nicht beleidigt sein und eingeschnappt sein und irgendwie vollkommen wütend sein, dass sie andere Werte, andere Forschung hat. Ist doch okay. Das sind doch ihre Werte. Du musst ihre Werte nicht ändern. Du kannst sie auch nicht ändern. Eine Frau, die nicht kochen kann, ist wie ein Mann, der nicht arbeiten kann. Bro, heutzutage finde ich es auch völlig okay, wenn der Mann der Hausmann ist. Die Frau geht arbeiten, bringt das Geld nach Hause und der Mann passt auf die Kinder auf und kocht. Wäre für mich persönlich auch nichts, aber warum sollte das nicht gut funktionieren? Du wirst so verrückt dabei, wenn du ihre Werte probierst zu ändern. Deshalb bleib bei deinen Werten, kommuniziere sie. Meine Eltern konnten beide mal gut kochen, das war beste Leben. Wenn das passt, dann kann das funktionieren. Wenn es nicht passt, okay. Und der dritte Punkt, lass dich nicht blenden von ihrem wunderschönen Aussehen. Ich weiß, sie ist wunderschön. Ich denke an sie die ganze Zeit, aber reduziere sie nicht nur auf ihr Aussehen. So sieht es aus, Chat. Schau auch ihre anderen Punkte an. Ist sie denn unterhaltsam, lustig, hat dir denselben Geschmack, könnt ihr gut über Einfach zusammen kochen, Pfeifat oder das ist sogar ein Zickset. Über Themen reden, ist sie interessant, ist sie intelligent, passt sie zu dir. Sehe nicht nur, oh, sie ist so schön und verlieb dich nicht nur in ihr Aussehen, sondern check auch die anderen Punkte dahinter. Dreh generell mal die Situation um, denn eigentlich probieren wir uns die ganze Zeit zu qualifizieren für die so schöne Frau und probieren lustig zu sein. Hoffentlich findet sie mich toll, hoffentlich mag sie mein Aussehen, hoffentlich findet sie mich lustig, hoffentlich wird sie, wenn ich sie jetzt gleich küsse, den Kuss akzeptieren, vielleicht, hoffentlich landen wir dann im Bett, vielleicht wird das mehr, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Und mit dieser Einstellung passt du dich extrem an, du. Chat, stellt euch, also überlegt euch einfach mal, wie toll eure Mutter ist. Wie toll eure Mutter ist und euer Vater hat eure Mutter irgendwann geklärt. und Gott sei Dank hat euer Vater, der nicht Generation TikTok ist, war er so smart, so eine tolle Frau sich zu angeln und hat mit ihr euch gezeugt. Und ihr hattet hoffentlich eine lange, erfüllte, schöne Kindheit und heutzutage trennen sich irgendwie 60 Prozent, ne, es ist, wir tun uns so in freien Fall zum Erdkern bewegen, deshalb versuche ich hier immer im Stream mit euch auf so Themen einzugehen, vielleicht den jungen Leuten was mitzugeben und auch den Männern, die halt auch gerade diese Findungsphase haben und auch diese Gedanken, oh, wie trete ich jetzt auf, wie mache ich mich interessanter. Bro, das, was er gesagt hat, wenn du dich interessanter machen musst, stimmt irgendwas nicht richtig, du musst dich darum kümmern, dass es dir erstmal gut geht und dann strahlst du das auch aus. So, und du musst, du musst, das ist auch diese Ansicht, du musst nicht einen fetten Job haben, dickes Auto fahren, dicke Bude haben, dicke Uhr tragen, das interessiert die meisten Frauen nicht. Die Frauen wollen auch jetzt nicht hier immer nur einen Model, gibt es natürlich auch, Aussehen ist schon immer am Anfang auch ein bisschen so der erste Einstieg, natürlich, ne, aber die meisten Frauen wollen einfach jemanden, der sie gut behandelt, nicht so komplett übertreibt mit dem Geiern, aber sie auch nicht behandelt, als wäre sie die Zwanzigsten in den DMs, sondern einfach ein offenes Ohr hat, gut behandelt, bisschen Gentleman, das ist sowieso auch etwas, die richtigen Gentlemans sterben aus, ne, immer so Sachen, die ich sage und dann sehe ich so mit einem Auge im Chat, yo, Bro, bist echt ein Gentleman, finde ich nicht, Digga, das finde ich für mich selbstverständlich, was weiß ich, ähm, erstes Date, du nimmst ihr Namantel, ne, hinter dem Stuhl, puff peng, sie setzt sich hin, wenn, ähm, du sie mit dem Auto abholst, ähm, und sie steht draußen, wartet auf dich oder kommt dann aus der Wohnung, Bruder, du stehst auf, läufst raus, begrüßt sie, machst ihr die Tür auf, sie setzt sich rein und dann steigst du wieder in ein verdammtes Nuttenauto, Digga, warum muss ich denn das überhaupt sagen, steh auf, du McDonalds-Arsch, so, das sind aber so Sachen, die sind für mich Standard von der Erziehung und das würde mich wünschen, dass solche Werte halt auch wieder mehr zählen und dass ich dann nicht vielleicht sogar so denke, oh, der übertreibt ja die Lage, Digga, das gehört doch dazu, das ist normal. Probierst so oft Krampf ihr zu gefallen, dass du, wenn du richtig ernsthafte Interesse an ihr hast, lieber Chat, ne, ich sag jetzt nicht, dass ihr eure Tinder-Dates oder so behandeln wollt, äh, sollt, aber auch nicht wie Scheiße. Deine eigenen Grenzen, deinen eigenen Werte quasi brichst und einfach, na, wenn sie wartet, steigt sie halt direkt ein, nein, Bruder, da machst du einfach den Knopf runter, so ein Ding ist das. Alles dafür tust, dass du ihr gefällst, dass du bloß nichts Falsches sagst, was, was irgendwie ihr sauer Aufstoß stoßen könnte und genau mit dieser Haltung machst du dich total unattraktiv. Das heißt, überleg vielleicht erst mal, ob sie sich denn auch für dich qualifiziert, ob sie, Chat, guckt euch mal den Call an, ne, wie gesagt, das richtet sich an die jungen Leute, die so auf Kram versuchen, erste Freunde, erste Kontakte, sich so voll viele Gedanken machen und so, die auch, ne, und das ist das, dieses Phänomen, Chat, auf eine attraktive Frau im Internet kommen irgendwie 20 Needy Boys. Warum? Weil ihr keinen Anspruch habt. Ihr habt keinen Anspruch. Seid anspruchsvoller an euch selbst, an eure kommenden Leben und auch auf die, an der Partnersuche, auch mal für was Spaß haben, ne, seid anspruchsvoller und überlegt euch, so wie er gesagt hat, findet er es so gut, qualifiziert sie sich eigentlich für euch. Wenn sie nur gut aussieht, aber eigentlich, es euch einfach nicht interessiert, was sie zu sagen hat und wenn du schon direkt weißt, einmal ficken, weiterschicken, Bruder, dann sag, dann sag auch und spül nicht irgendwelche Gefühle und Interesse vor, nur damit du einen wegsteckst, wird das ganz schlimm. Ich hab das auch so krass bei Kollegen erlebt, die sind dann, äh, bei zwei, drei Weibern gleichzeitig, und die dämmst, oh, du bist die eine und, oh, ich treff nur dich, also einfach richtig dreist, wird da rumgelogen und ich sag so, Bro, das ist doch richtig eklig. Imagine, das würde man mit dir machen. Ja, aber Bruder, nein, ist es nicht, aber da hab ich eine andere Einstellung, ne, bei manchen ist einfach alles egal, Hauptsache sie stecken einen weg und genau so sind die dann wahrscheinlich auch im Bett, ne, ja, drei Sekunden Spaß, da kannst du auch ihren Wummen in der Saison rausholen, aber das erzähl ich den Leuten, das geht da rein, da raus, ne, und bei mir wollen die meistens ein zweites, drittes, viertes, fünftes Date, ne, da geht die Post ab, und bei dem wird halt dann nach dem ersten Date einfach auch mal der Block rausgehauen, digga, brauchst du dich nicht wundern. Und genau mit dieser Haltung würde ich genau so machen. Machst du dich total unattraktiv. Das heißt, überleg vielleicht erstmal, ob sie sich denn auch für dich qualifiziert, ob sie klug ist, sympathisch ist, Niveau hat, Mittelfinger gezeigt, ja, wahrscheinlich. Der einzig brauchbare Anmachtrick ist, an sich selbst zu arbeiten, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten, an seinem Beruf zu arbeiten, an seinem Leben zu arbeiten, an seinen Einstellungen zu arbeiten, und dann kommt alles von alleine, wer den ganzen Tag zu Hause ist. Priorität Nummer eins, lieber Chats, sollte Freunde, Familie und eure Gesundheit sein, und Priorität Nummer zwei, euer Business. Versucht, mehr aus eurer Arbeit zu machen. Versucht, wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurer Arbeit aufzusteigen, mehr zu machen, als einfach nur da zu sein. Klar, ich verstehe das, ihr habt vielleicht einen Job, den ihr nicht mögt, aber dann müsst ihr gucken, dass ihr euch was anderes sucht, wo ihr vielleicht auch weniger verdient, aber erfüllter werdet. Geld ist nicht alles. Als Speditionskaufmann, das war jetzt auch nicht die Erfüllung, der Job, aber ich bin gerne zur Arbeit gegangen, weil die Arbeit war okay, aber ich hatte korrekte Arbeitskollegen, die ich alle gemocht habe. Ich habe mich fast auf die gefreut. Ich habe mich auf die Arbeitskollegen gefreut, und ich wusste, wenn ich jetzt wieder Arbeit bin, kann ich mit Benni, Jill, Nico, und wie sie alle hießen, Michael, und, ich weiß seinen Namen nicht mehr, auf jeden Fall, ich habe mich richtig auf die Kollegen gefreut. Die Arbeit war okay, und ich habe bei der Arbeit immer Spaß gehabt und mehr gegeben, als ich hätte müssen, und dadurch habe ich auch von den Schichtleitern manchmal kleine Privilegien bekommen. Aufträge sind fertig, oder 15.30 Uhr durfte ich gehen, statt 17 Uhr, oder, ja, irgendwas, irgendwas sollte ich machen, und ich meinte, ich habe zu ihm gesagt, oh, feiere ich gar nicht, und dann hat er jemand anderen dahin geschickt, weil ich bei den anderen Sachen alles immer gut gemacht habe. Da musste ich halt nicht die Knechtarbeit machen. Als Beispiel, versucht immer auf, bei eurer Arbeit ein bisschen mehr zu geben und euch hochzuarbeiten, kümmert euch um euer Business. Seid nicht nur einfach anwesend, auf dem Job, und schlagt die Zeit tot. Da werdet ihr auch nie befordert werden, und der Chef wird sich denken, bei der erstbesten Gelegenheit, schmeißt euch raus, wenn er kann, kann, weil wenn ihr nur das Nötigste macht, denkt einfach immer, Chad, zwei Seiten der Medaille, denkt einfach, ihr seid euer eigenen Chef. Die Chefs sind nicht nur Arschlöcher meistens, mit manchen kann man gut reden, ne, und wenn man ein bisschen mehr gibt, kriegt man auch immer ein bisschen mehr, aber, lasst euch auch nicht ausnutzen, ne, arbeitet nicht doppelt so viel, ne, kriegt keine Überstunden, und der Chef erzählt euch hundertmal, ja, Beförderung kommt, Beförderung kommt, lasst euch auch nicht ausnutzen. ...sitzt und studiert, wie pick up ich jetzt die Girls, wie spreche ich sie jetzt an, was sind die besten Methoden, natürlich verstehe ich, dass man darauf vielleicht mal auf den Gedanken kommt, sich darüber zu belesen oder sowas, und das ist auch völlig okay, soll jeder machen, wie er will, ich sage nur, man muss halt so ein bisschen generell die Situation entspannter sehen, nicht so verkrampft, nicht so, sondern, ey, ist doch cool, vielleicht passt das, vielleicht passt das auch nicht, ich bin nicht sonderlich butthurt oder beleidigt, traurig, wenn es jetzt nicht klappt, das ist voll in Ordnung, lass Leute in deinem Leben, lass sie aber auch wieder gehen, und das Wichtigste eigentlich dabei, seid nicht zu... Auch ein guter Call, Chat. Ja, wenn ihr jemanden mögt, und der aus eurem Leben tritt, ist das scheiße, und Trennungen will auch niemand, aber es ist, man höre und staune, tatsächlich nicht das Ende der Welt. Die Erde verschwindet nicht auf einmal in einem schwarzen Loch, oder in ApoRats Schuldenfalle, sondern das Leben geht weiter. Lasst Menschen in euer Leben, wenn sie sich dafür qualifizieren, und lasst sie auch wieder gehen. Und wenn in eurem Freundeskreis die Leute euch, was weiß ich, runterziehen, immer nur Zeit haben, wenn es euch gut geht, und wenn ihr nicht, wenn es immer eine schlechte Zeit hat, werdet ihr geghostet, oder dann hat immer keiner Zeit, dann lasst die Leute gehen. Ihr seid, du bist, was du ist. Euer Umfeld seid ihr. Man sieht bei ApoRat, wie tief der Mann gefallen ist, mit einem vernünftigen Umfeld, Leuten, die ihm auch sagen, Bro, was du da gerade machst, geht gar nicht. Wenn du das weiter machst, werde ich mich von dir abwenden. Wenn Red, ApoRat, der Allerechte, ein vernünftiges Umfeld gehabt hat, mein Umfeld, ich schwöre, bei Gott, ich bin mir dazu 99,9% sicher, es hätte niemals so weit kommen können, wie es gekommen ist. Beleidigt, traurig, wenn es jetzt nicht klappt. Das ist voll in Ordnung. Lass Leute in deinem Leben, lass sie aber auch wieder gehen. Und das Wichtigste eigentlich dabei, seid nicht zu verkopft, habt Spaß, seid in der Situation dabei, lacht, seid glücklich. Darauf kommt es an. Und auch dieses zehntausendfache überlegen, was antwortet ihr jetzt, was ist jetzt das Beste, wie kriege ich es jetzt dazu, dass wir uns treffen. Und dieses verkopfte Denken, was ich auch bei dem einen oder anderen Freund von mir sehe, grüß genauso, ich werde jetzt keine Namen nennen, Alter, das ist zu viel, das ist zu viel Investment, das ist zu viel Gedanken für irgendeinen Dulli-Text. Und auch noch was, nicht so viel texten, nicht den ganzen Tag am Handy sein und ständig texten, 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 lieber ein Echt treffen und dann als Nachricht nur das ausmachen, wann man sich trifft. Und jetzt nicht irgendwelche Romane und gute Nachdenken. Katsche mit dem guten Call des Abends. In einem richtigen Gespräch face to face kann man auch nicht zehn Minuten überlegen, was man sagt. Und fünf Emojis neu machen und die Nachricht zurückziehen und umschreiben, völlig richtig, mein Lieber. Geschichten schreiben. Würde ich sagen. Das ist so der Weg, den ich für mich gerade finde, um ehrlich zu sein, offen zu sein, lieb, sympathisch, all das zu sein, aber trotzdem... Wenn jeder Mann nicht so nidi wäre, würde sich das Ganze automatisch ausbalancieren. Frauen sind, was das angeht, einfach smarter und schon reifer. Frauen sind eher im Kopf einfach schon drei Jahre weiter. Deshalb sind die meisten gleichaltrigen Frauen über diese Findungsphase, die man als Mann vielleicht durchmacht, schon hinaus. Und wenn die Männer wieder mehr ihren eigenen Wert schätzen würden, würden auf eine gut aussehende Frau nicht 20 nidi Bastarde kommen. und dann könnte die sich auch nicht mehr aussuchen bei Tinder, 1000 Likes und ein Typ hat irgendwie 5, dann würde sich das Ganze wieder ein bisschen mehr einpendeln. Weil, auch wenn ihr es glaubt oder nicht, die Frauen brauchen jetzt auch dazu nichts schreiben im Chat, aber Frauen haben auch gerne, ihr wisst schon, Frauen wollen auch gerne geknuddelt werden, wollen auch gerne Aufmerksamkeit. Wir Menschen sind soziale Wesen. Jeder von uns mag es, Komplimente zu bekommen, jeder von uns mag es, Aufmerksamkeit zu bekommen von jemandem, den man mag. Das mag jeder, egal welches Geschlecht. Nicht in diesen Zimp, ist ja dafür der neuzeitige Begriff, in diesen Zimp-Modus, in diesen absoluten, das... Ich liebe es geknuddelt zu werden. Ja, wer denn nicht? Wer denn nicht? Auch wieder so ein Ding, in diesen Fan-Modus. Das ist wie Star und Fan, wenn sie da oben ist... So ein guter Call, spitzt nochmal die Ohren, Chat. Verdammt, ist das ein gutes Video. Das ist ja dafür der neuzeitige Begriff, in diesen Zimp-Modus, in diesen absoluten... Das ist auch wieder so ein Ding, in diesen Fan-Modus. Das ist wie Star und Fan, wenn sie da oben ist und du probierst, oh bitte, 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 lässt sie mich da oben rein und so, guckt sie schon automatisch nach unten. Das ist ganz, ganz, ganz automatisch, dass sie das macht. Das macht sie nicht, weil sie böse ist oder weil sie eine toxische Frau ist, sondern wenn du sie so anguckst, dann kann sie ja nur von oben runtergucken. Deshalb diese Ebene. Vielleicht ein bisschen von oben sogar runtergucken. Das mag vielleicht eine Frau jetzt nicht gerne hören, aber das ist generell, das ist ja auch ein Männer-Topic jetzt gerade. Und ich bin ja nicht da in der Position, Macho-Man zu promoten und zu pushen. Ich finde das... Also ich schaue eigentlich nie von oben, runter, außer wenn sie halt wirklich, so wie ihr gesagt habt, wenn sie auch sofort übertreibt, die Lage voll nidi und so, dann schaut man automatisch schon ein bisschen oben und denkt sich so, ja okay, ich kann nicht jederzeit haben. Man kann es jederzeit umdrehen. Immer, Chad, das ist wirklich so gut. Zwei Seiten der Medaille. Versetzt euch in den anderen Menschen rein, in die andere Lage. Wie wäre das? Das und das. Das ist auch, das wird euch beziehungstechnisch, wird euch das so viel weiterbringen, wenn ihr einfach euch denkt, okay, ohne sie jetzt feiern gehen und irgendwelchen Weibern auf den Arsch schauen. Wie würde euch das gefallen, wenn sie das macht? Dann geht halt zusammen feiern und dann zeigt auch jedem im Club, dass sie die Tollste ist. Als Beispiel, dann fühlt sie sich wie eine Königin. Wenn du aber alleine mit deinen Jungs feiern gehst, ja, dann fühlst du sich vielleicht zu Hause allein gelassen. Genauso, wenn sie unbedingt auf Krampf jedes Wochenende feiern gehen will, dann mag sie vielleicht auch diese Aufmerksamkeit. Und wenn euch das nicht gefällt, so wie ihr vorne gesagt habt, dann werdet ihr auf Dauer sowieso nicht glücklich. Kommuniziert miteinander, sprecht das an und wenn sie sagt, ich will jedes Wochenende feiern gehen und ich will da auch auf der Tanzfläche, obwohl ich vergeben bin, angebaggert werden und irgendwelche Leute schlagern mir auf den Arsch und ich brauche das, ich brauche diese Bestätigung, dann seid ihr vielleicht nicht füreinander geschaffen. Dann brauchst du einen Partygänger, der immer mitgeht. Oder ihr sagt, ich sehe das nicht so wild, ich habe da nichts gegen, wenn sie feiern geht. Bei mir ist das immer auch so ein Mittelfeld. Ich will sie nicht zu Hause einsperren, aber ja, das muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sein, weil ich möchte trotzdem, dass sie eine Lady ist, auch ein etwas seriöseres Auftreten hat. Einfach weiß, was sich gehört für eine Frau, für eine Dame und was nicht. Aber ich bin halt auch schon erwachsen. Es ist mir jetzt klar, dass die 16, 17, 18-jährigen Frauen vielleicht noch nicht so denken, aber ja, das ist halt alles immer so eine Findungssache. Extrem komplex das Ganze, aber jeder Topf hat einen Deckel, das ist ja das schöne Chat und ich glaube an euch, sowohl die Männlein als auch Weiblein, dass ihr noch den richtigen Partner, der euch abholt, finden werdet und ihr werdet glücklich und in den Sonnenuntergang reiten und inshallah, inshallah, den besten Sex haben und fünf Kinder zeugen, wichtig und richtig. Das freut auch den Staat. Das ist der absolute Abschaum und absolut peinlich, aber trotzdem sind die Männer in der heutigen Zeit in der Situation, dass sie vielleicht auch teilweise verwirrt sind. Sie wissen nicht, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Sollen sie jetzt der Macho sein oder sollen sie jetzt der liebe Kerl sein? Der liebe Kerl, vielleicht kein Ab, der Macho kein Ab. Na gut, dann werden sie alle Machos. Scheiße. Damit ist keinem geholfen. Das waren meine Gedanken zu dieser Situation. Jetzt habe ich relativ wenig gezockt. Lasst mir euer Feedback in den Kommentaren da. Spart euch euer Alpha-Gelaber. Ich kann es nicht hören. Ich möchte es nicht hören. Wenn ihr vernünftige Ansätze habt, irgendwie mir zu schreibt oder aber auch an gewissen Dingen irgendwie das anders seht oder vielleicht für mich, ich bin ja auch, das muss man auch, das ist auch eine wichtige Situation, die zu lernen. Man ist nicht selbst perfekt. Man kann immer wieder lernen und andere können andere Meinungen haben und die können dir weiterhelfen. Seid nicht zu verkopft auf eure Meinung und denkt, ihr seid die Geilsten und ihr wisst alles. Überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nichts. Also schreibt mir gerne Dinge in die Kommentare, die uns, mir weiterhelfen bei diesen Gedanken. Würde mich sehr interessieren. Ich finde das sehr, sehr cool. Vielleicht reden wir dann nochmal in einer anderen Folge drüber. Ich beende jetzt den Spaß hier. Wünsche euch noch einen wunderschönen prächtigen Tag. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Haut rein. Ciao. 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 Was sagt der Chat zu dem Video? Ich fand es wirklich, ich habe das ja schon gesehen. und ich fand es sehr, sehr gut und sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt auf die YouTube-Kommentare. Vielleicht hat es wieder den einen oder anderen da draußen ein bisschen die Augen geöffnet und er kann in Zukunft besser mit diesem Ganzen, also es hilft so in dieser Entwicklungsphase. Und ich finde das wirklich, also wirklich, John hat hier ein Gerät rausgehauen. Das, was er gerade in dem Video gesagt hat, Chat, natürlich trifft es nicht eins zu eins auf jeden von euch zu, aber das ist auch etwas, was ich nach meiner Lebenszeit und meiner Erfahrung mit ein paar Frauen und auch mit einer sehr langen Beziehung wirklich eins zu eins alles so unterschreiben kann. Deep und true. Und es wird euch besser gehen, wenn ihr euch um euch selber kümmert und ihr zufrieden mit euch seid und das auch ausstrahlt. Weil dann ist es, wenn ihr dann auch mal eine Stunde oder auch mal einen Tag keine Antwort bekommt, dann ist es egal, weil ihr seid nicht so needy. Und wenn ihr nicht sofort eine Freundin findet, dann ist es auch nicht so schlimm, weil euch geht es gut, ihr kümmert euch um eure Arbeit, um eure Freunde, ihr unternehmt viel, ihr seid lebensfroh, euch wird es einfach besser gehen und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch, Chat, weil bei mir ist es so. Ihr merkt das in den Streams, ich bin gut drauf, mir geht es gut, ich liebe streamen, ich streamen aktuell 24-7 gefühlt, weil ich einfach, Gesundheit ist hier, dann kommt meine Familie und dann kommt schon Business. Das Business ist mir aktuell wichtiger als Atmen. Das ist geil. Spannend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.